Guten Tag mein Name ist Diethelm Maroschka und ich bin 43 Jahre alt und möchte mich bei der Kapitolversicherung bewerben. Ich habe Erfahrung auf dem Gebiet der Versicherungswirtschaft da ich als Chef, als Assistenz, Assistenz des Chefs, also Aushilf, als Aushilf, zeitweise Schwangerschaft beim Chef, ein halbes Jahr gearbeitet habe bei einem Mitbewerber. Ich bin 43 Jahre alt. Ich kann mir sehr gut vorstellen bei ihrem Unternehmen mitzuarbeiten. Ich bin sehr engagiert, ich habe kommunikative Kompetenz, bin sehr sehr spontan und kann mich auch gut in ein gemeinsames Kollektiv einarbeiten, da ich das gelernt habe. Ich bin ja aus dem Osten. Ich habe in den letzten Monaten nicht so viel arbeiten können wegen meiner Magen-OP und das darf aber, soll und darf aber kein Hinderungsgrund bedeuten. Sie können mich gerne anrufen. Meine Telefonnummer habe ich Ihnen ja in den Bewerbungsuntergang reingeschrieben. So. Sondern wegen der Allergie. Nee, das sage ich nicht wegen der Allergie. Ja. Ja, das auch. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihren Anruf. Ja, ja, gut, gut. Ich habe in den letzten Monaten nicht so viel arbeiten können. Ich habe in den letzten Monaten nicht so viel arbeiten können. Ich habe in den letzten Monaten nicht so viel arbeiten können wegen meiner Magen-OP. Ich habe in den letzten Monaten nicht so viel arbeiten können wegen meiner Magen-OP. Schaum-OP. Schaum geht uns nicht. Jetzt hat es noch mit der Magen-OP. Ich habe in den letzten Monaten nicht so viel arbeiten können. Klappe.